Egal ob Fische, Frösche, Vögel oder Nagetiere, jedes Lebewesen will Nachwuchs in die Welt setzen. Dazu gibt es viele Strategien. Bei einigen Arten treffen sich die Partner nur kurz zur Paarung und gehen dann wieder getrennte Wege. Andere Arten bilden dagegen langfristig stabile Partnerschaften. Ob sich eine Tierart auf die Monogamie einlässt, hängt von ihren Lebensumständen ab. Wenn Partner rar sind oder sich der Nachwuchs nur gemeinsam großziehen lässt, dann lohnt sich eine langfristige Bindung. Die Monogamie ist interessant, weil es eben ein sehr komplexes Verhalten ist, das mehrmals, sogar sehr viele Male in der Evolution unabhängig voneinander aufgetreten ist. Monogame Arten gibt es unter Fischen, Fröschen, Vögeln und Säugetieren. Sie sitzen also nicht auf einem gemeinsamen Ass des Stammbaums. Sie finden sich bunt gemischt mit anderen Beziehungsformen überall unter den Wirbeltieren. Der Evolutionsbiologe Hans Hofmann will verstehen, ob diese Arten ihren je eigenen Weg zur Monogamie gefunden haben oder ob es verborgene Gemeinsamkeiten gibt. Dazu hat sein Team an der Universität von Texas in Austin Paare von Arten gesucht, die nahe verwandt sind und dennoch ganz unterschiedliche Beziehungsstrategien verfolgen. Etwa den monogamen Bergpieper und die promiskutive Heckenbraunelle oder die treue kalifornische Maus und die Hirschmaus oder den Zweipunkt Baumsteigerfrosch und das Erdbeerfröschchen. Die Biologin Rebecca Young verglich jeweils die Aktivität der Gene im Gehirn der Männchen, der monogamen Art einer Tiergruppe, mit der des promiskutiven Vertreters. Dabei entdeckte sie, dass bei den monogamen Vögeln, Fischen, Fröschen, Mäusen und Wühlmäusen jeweils ähnliche Gene hoch- oder herunterreguliert werden. Der Bergpieper, der Zweipunkt Baumsteigerfrosch und die kalifornische Maus haben jeweils aufgrund ihrer konkreten Lebensumstände unabhängig eine monogame Paarungsstrategie entwickelt. Und doch konnten sie dafür auf vergleichbare Gene zurückgreifen. Gene, die zum Beispiel etwas mit der Entwicklung des Gehirns oder dem Lernen zu tun haben. Hans Hofmann vermutet, dass diese Gen-Netzwerke schon beim gemeinsamen Vorfahren aller Wirbeltiere angelegt waren und ganz grundlegende Aspekte des Verhaltens beeinflussen, etwa die Toleranz gegenüber Artgenossen. Die ist für die Monogamie entscheidend. Das heißt, im Gehirn müssen Prozesse ablaufen, die es einem Tier ermöglichen, ein anderes Tier, ein Artgenossen in der Nähe zu tolerieren und das sogar als belohnend oder angenehm zu empfinden. Und man kann sich das so vorstellen, dass ein gewisses Thema damals praktisch in der Evolution entstanden ist und dass es Variationen zu diesem Thema gibt, die eben in manchen Fällen ermöglicht haben, monogames Verhalten zu entwickeln. Die Monogamie wird also nicht von jeder Art völlig neu erfunden. Die Evolution kann auf Stellschrauben zurückgreifen, die sich im Erbgut aller Wirbeltiere finden, über die sich etwa die Toleranz gegenüber Artgenossen hoch oder niedrig einstellen lässt oder die Lernprozesse wie eine dauerhafte Prägung auf einen bestimmten Partner erleichtern oder erschweren. Diese Stellschrauben bilden die Basis des monogamen Verhaltens, das dann in jeder Art noch weiter ausgebaut wird. Bei den Wühlmäusen ist zum Beispiel das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin entscheidend, das bei den Fischen oder Fröschen keine so große Rolle zu spielen scheint. Die Forscher aus Orsten sind sich sicher, würden sie die Genaktivität von den doch verhältnismäßig monogamen Menschen mit der der Schimpansen vergleichen, sie würden ähnliche Einstellungen bei den uralten genetischen Stellschrauben finden. Die sind auf der Ebene ganzer Arten entscheidend für die Monogamie. Über Individuen sagen sie aber wenig aus. Deshalb ist es Hans Hofmann wichtig, Dass wir das nicht als diagnostische Methode ansehen wollen, dass man sagt, okay, wenn jemand ein bestimmtes Genexpressionsprofil hat, dann ist es mehr wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich, dass sie im Monogam sind. Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Das ist auch nicht unsere Absicht. Das ist auch nicht unsere Absicht.